herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte im thüringen wir werden jetzt feld 60 dünnen und kurz impfung letzte zwei folgen leider verbockt leider war der datenträger voll somit habe ich keine aufnahmeteiligung das heißt aktuellen stadt wir haben jetzt die aussaat fertig auffeld 54 des weiteren ist der raps mittlerweile schon in der müde und wir werden jetzt für den kurs play und kompetenten vornehmen und dann werden wir den rest ballen von der wiese beim feld 54 und dann sehen wir weiter mal schauen wie das landflugmittel reicht das feld ansonsten wäre noch eine option dass wir mal einen kurs fahren zum abholen also nachfüllen des tanks den kurs brauchen wir sowieso die bka hatten wir einnahmen gehabt von 100.000 so erst bauen wir mal ein gebäude damit wir die aufgleichen kriegen für saatgut und dünger 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 denn das wäre ja können wir gleich so einen kurs fahren und das kann dann gleich für alles gelten auch für für die sähmaschine das heißt wir stellen jetzt hier ein silo auf für für dünger dann stellen wir noch ein silo auf für saatgut dann haben wir den kurs eingefahren für alles und später bei der aussaat können wir gleich noch zurückgreifen und koppelkämpfung ist da da oben passt eh ansonsten dürfte alles sein denke ich mal so ich hoffe der hat keine und keine naja sieht nicht nach pflegebereitung aus von daher von daher ok das heißt wir machen jetzt nicht mehr führungskurs lenken wir mal dritten einjustieren also ich würde lenken wir jetzt wieder rechts das heißt wir gehen den kurs jetzt hier fahren zurück vom hoch entsprechend unsere gerade gebauten ladenplotionen werden wir die wir sind mit dem wir ich das für zwei Fahrzeuge verlassen werden Aber das Pchot kann mal passieren. Ich habe heute die aktuelle Version vom Coursplay genannt, vor ein paar Minuten. Ich habe die Zeit jetzt mehr unten an das, was ich gerade mache. Die Plattenweg an sich ist nicht ideal für Coursplay. Das sind zwei Fahrzeuge, das ist links, rechts, aber schlecht. Aber den anderen Weg ist so gut, wüsste ich das nicht. So, jetzt fahren wir mal zum Tank. Für das Landtückviertel. So, jetzt fahren wir genau unter dem Kalkixnack. Und Sackgut-Dünge. Fahren wir über Selos Abla ab. Können wir wieder auf den Lkw fahren. Jetzt fahren wir zurück. Wir werden ja noch ein paar, wenn das Fahrzeug... Ja, unsere... Äh genau. Ups. Wenn der arbeitet, werden wir gleich noch in die Balden holen. Dann können wir von Wiesa nach oben liegen. Lksdorf Miesa mit der Hellgeräu sein. So, ich mache nicht schlecht aus. Schuhe singen und gespielt... Wahnsinn. Die Zeit rast. Ein bisschen schnell fahren. Später soll er ja halbwegs ordentlich hier anfangen können. Oder so irgendwo Alarmmeldungen kommen. Blocken und so Scheiß. So, angekommen. Das ist der erste Kurs. Richtig gut. Wir enden. Wir speichern den gleich mal ab. Überführung. Ah, fahr gut rein. 60. Hoch. Speichern. Jetzt lassen wir noch einen Kurs erregnen. Zum, äh, Grundkopfkämpfen. So. Das heißt, jetzt mal löschen. Gut, gut. Gut, Guter, Und das ist... Ah, das ist ein bisschen Dings, Herrschwein. Ich fahre ein Läuchten. 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 Aber du musst jetzt hier kommen. Ich fahre ein Läuchten. Gute Frage. Ich fahre ein Läuchten. Ich fahre ein Läuchten. Ich fahre ein Läuchten. Warte! Warte, was hier auf etwas anderes ist. Ich fahre ein Läuchten. Ich fahre ein Läuchten. Es geht um 5,5... Warte. Sollte Das kann nicht sein. Ah, ist wieder im Bellon. Oh je. Nicht gespeichert. Das ist... ...gekehrt. Das ist nicht so, dass wir es haben. Okay. Ja. Abstandert ist das was anderes. Berlin halten vorstehen. Das ist nicht ganz einfach. Arme aus. So. Früher konnte man hier die Berechnung durchführen. Das ist düngen und säen. Und auch Unkoppelkämpfung. Ah. Das geht auch anders. Rundherum. Ah, schon. Okay. Zwei Bahnen. Wohnzeiger sind weich. 41 Meter. Passt auch. Es geht über einen anderen Weg rein. Gut, da muss ich mich dran gewöhnen, ist alles. So. Jetzt aber ein großer Zunäuer. Und zwar... ... 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 Das ist der Grundverkehr, ne? Tja, muss da nur losfahren, aber es ist daran zu schwer. Das ist das Ganze so. Das war die Schoße. So, das hat mir vergesst, was gemacht wurde. Kein Großkater. Hier. Aber verkehrt. Hier ist es. 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 Das ist schon mal eine Liebe. Hier ist es. Irgendwo hab ich es gehabt. So, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich probiere da noch ein bisschen und dann... Seid mal schüß auf den Gewinke. Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es nicht viel war. Äh... Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Seid mal schön. Habt ihr bei.